Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie werden sich die Insolvenzen im Jahre 2024 entwickeln? Was sind insolvenztreibende Faktoren und was kann dieses auch begrenzen? Dazu will ich im Folgenden Stellung nehmen. Wie wird die Insolvenzentwicklung in Deutschland im Jahr 2024 aussehen? Im Jahr 2023 gab es eine deutlich gesteigerte Zahl insolventer Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr. Wie geht das nun weiter? Prognostizieren kann man sicherlich weiter steigende Insolvenzen für das Jahr 2024. Anfang der 2000er Jahre lagen wir ja bei teilweise über 25.000, davon waren wir 2023 mit ca. 18.100 Fällen noch weit entfernt. Nun wird es in verschiedenen Branchen weiter eng. Je nach Branche werden nationale und internationale Konjunktur sowie aufgrund der Kriegssituationen mit entsprechenden Sanktionen volatile wirtschaftliche Entwicklungen als Gründe genannt. Auch die Insolvenzen von Start-ups haben im vergangenen Jahr in Deutschland mit über 200 eine deutliche Steigerung erfahren. Kapitalgeber schauen in unsicheren Zeiten genau hin, ob sie wirklich bereit sind, in Risiken zu investieren. Daneben werden die Marktchancen neu bewertet. Betrachtet man die deutsche Perspektive etwas genauer, so findet man jedoch viele Ansatzpunkte, die hausgemacht sind. Zurzeit wird ja insbesondere die neuerliche Insolvenz von Galeria Kaufhof medienwirksam diskutiert, vor dem Hintergrund des rohenden Verlustes von ca. 15.000 Arbeitsplätzen und des Verlustes von Handelskapazitäten in unseren Innenstädten. Wenn man diese Insolvenz rein als Folgeinsolvenz des Sigma-Imperiums und des dort gelebten Geschäftsgebarens versteht, dann greift dieses sicherlich zu kurz. 2-malige Sanierungsversuche sind gescheitert. Bundesmittel waren noch nie ein gutes Sanierungsinstrument, hochtief lässt grüßen. Auch wenn die gezahlten Standortmieten teilweise zu hoch sind, sollte man kritisch hinterfragen, ob in Zeiten des E-Commerce das klassische Warenhausgeschäftsmodell noch wettbewerbsfähig ist. Das breite Produktangebot ganz unterschiedlicher Segmente, teure Innenstadtlagen und vergleichsweise viel Personal machen den Einkauf für den Konsumenten unattraktiv, führen dazu, dass die mit diesem Modell verbundenen Kosten nicht an die Konsumenten weitergegeben werden können. Unsichere Zeiten führen zu Investitionszurückhaltung. Das spürt auch international zum Beispiel der Maschinenbau. Im weiteren Bereich, der immer stärker in den Fokus rückt, ist der Hochbau. Zinsen. Zwar wieder etwas gefallen, aber gegenüber der Nullzinssituation, die sich in Preisniveaus niedergeschlagen hat, deutlich erhöht. Dazu immer höhere Anforderungen an nachhaltiges und energieeffizientes Bauen, sowie bürokratisch lange Genehmigungsverfahren und Materialpreissteigerungen durch steigende Energiepreise haben die Baupreise so in die Höhe getrieben, dass sich auch bei drastischen Mietpreissteigerungen der Neuwohnungsbau für Investitionen und Investoren nicht mehr lohnt. Überkapazitäten in der Braubranche werden die Folge sein. Nach dem Bauhauptgewerbe werden die Folgen insbesondere beim Ausbaugewerbe im Bereich des Handwerks zukünftig spürbar werden. Wir haben, das führt die Politik ja häufig an, zurzeit noch eine extrem hohe Beschäftigung in Deutschland, bei gleichzeitig großem Bedarf an Arbeitnehmern in vielen Branchen. Hier gelingt es aufgrund von Reglementierungen bei der Migration und den hohen Sozialleistungen, sprich Bürgergeld nicht, weiteres Beschäftigungspersonal zu mobilisieren. Kurzarbeitergeld hat dafür gesorgt, dass wir mit hoher Beschäftigung durch die Corona-Pandemie gekommen sind, erst einmal positiv für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die lange Dauer dieser Hilfen hat aber sicherlich auch dazu beigetragen, dass notwendige Anpassungen in den Unternehmen nicht rechtzeitig angegangen worden sind. Zumindest die internationale Wettbewerbsfähigkeit leidet darunter, Spätfolgen nicht ausgeschlossen. So sehr Subventionen dazu dienen können, gewollte Entwicklungen anzuschieben, so sehr muss man dann auch aufpassen, dass dieses nicht zu einer Daueraufgabe wird. In der Tendenz verhindern oder reduzieren diese Mittel die Suche nach Effizienzvorteilen, das Erschließen von erhöhter Produktivität und Kostensenkungen. Offenbar sind ja E-Autos weniger komplex als Verbrennungsfahrzeuge. Das müsste, vielleicht abgesehen von Batterietechnologie, sich ja auch in den Produktionskosten niederschlagen. Nun wurde ja der Kauf von E-Fahrzeugen massiv gefördert. Offensichtlich übernehmen nun einige Autohersteller diese Förderanteile in die eigene Preistellung, um den Absatz zu halten. Auch dieses geht doch eigentlich mittel- und langfristig nur, wenn wir durch diese Subventionierung des Staates einen nicht unerheblichen Deckungsbeitragspuffer für jedes verkaufte Fahrzeug aufgebaut haben. Schließlich müssten wir auch energiepreisintensive Stahl-, Papier- oder chemische Industrien betrachten. Die komplexen Strompreise mit unterschiedlichen Steuern und Rückvergütungen führen im internationalen Vergleich zu Wettbewerbsnachteilen und Abwanderungsdiskussionen in den Branchen. Lassen Sie mich als letztes Beispiel das Hotel- und Gaststättengewerbe ansprechen. Auch hier laufen die Preise durch Kostensteigerungen bei Energie, den Löhnen und den Lebensmitteln davon. Schließungen sind vorprogrammiert. Diese werden aber auch in Zeilen still und leise passieren und nicht in Insolvenzstatistiken erscheinen. Gleichwohl, wir sollten auch die Branchen mit Potenzial sehen. Aufhören, die Regelungsdichte weiter zu erhöhen, zurückhaltend bei Subventionen sein und Mut zu Steuervereinfachungen haben. Dann können wir positiv in die Zukunft bei den gut aufgestellten Unternehmen sitzen. Und wir sollten die aktuelle Situation auch relativieren. Von den hohen Insolvenzzahlen zur Jahrtausendwende sind wir noch deutlich entfernt. In diesem Sinne, haben Sie Mut in die Zukunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Danke für Ihre Aufmerksamkeit.